Der Chemiekonzern BASF hat angekündigt, Teile seiner Produktion in Deutschland stillzulegen. Die gute Nachricht ist, dadurch stoßen wir weniger CO2 aus, kommen also schneller in die Richtung Klimaneutralität. Die schlechte Nachricht ist, dass es wohl zu Lasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht. Was ich darüber denke und wie ich momentan so die Situation in Deutschland einschätze, das möchte ich hier in diesem Video mal kurz umreißen. Heißt also, es wird ein wenig politisch. Sonst versuche ich mich so von politischen Themen immer ein bisschen fernzuhalten. Da kann man sich ja leicht verbrennen. Allerdings geht es sehr in den Bereich Wirtschaftspolitik, also durchaus um ein Thema, womit ich mich hier auf meinem Channel beschäftige. Wenn das hier euer erstes Video ist. Ich beschäftige mich mit Geld, Geldanlage und allem, was drumherum zu finden ist. Zum Beispiel Aktienanalysen, Kryptoanalysen oder tollen Geldvermehrungssystemen für die privaten Endkunden. Kommen wir mal dazu, was BASF in seiner Pressemitteilung denn so hat verlautbaren lassen, was also der Konzernschiff so gesagt hat. Einen Link dazu, was ich jetzt gleich vorlese, den findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter Überregulierung, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller laut Mitteilung. Nun, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein, naja, ich würde sagen schon Fan von Regulierung. Das wird regelmäßig deutlich, wenn ich meine Krypto-Videos hier drehe, zu irgendwelchen Projekten oder Coins oder Tokens oder sonst irgendetwas. Das ist ja alles in einem rechtsfreien Raum, mehr oder weniger. Dort gibt es noch keine gesetzlichen Grundlagen, noch keine gesetzlichen Regelungen. Und das heißt, ihr befindet euch dort im Krypto-Space in einem unregulierten Raum. Das heißt, dort kann grundsätzlich erstmal so jeder mehr oder weniger machen, was er möchte. Und das ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum es letztes Jahr im Jahr 2022 so viele Exit-Scams im Bereich des Kryptos gegeben hat. Regeln, Regulierungen und Gesetze sind grundsätzlich erstmal eine tolle Sache, denn sie schaffen ein gewisses Maß an Standards, damit sich jeder Marktteilnehmer, egal wo er sich befindet, orientieren kann, damit sich jeder an Gesetze halten kann, damit ein gewisser Konsens entsteht, damit man dem anderen auch über den Weg trauen kann und keine Angst haben muss, von diesem oder jenem Marktteilnehmer übers Ohr gehauen zu werden. Und wenn doch, bedarf es einer ordentlichen Gerichtsbarkeit, dass man seine Sachen einklagen kann, seine Rechte einklagen kann. Gesetze und Regulierungen, die dauerhaft wirksam sind, sind auch ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, zum Beispiel gegenüber autokratisch geführten Staaten. Das sieht man zum Beispiel in der Schweiz. Die Schweiz hat keine Rohstoffe, aber die Schweiz hat etwas sehr viel Wichtigeres, nämlich Standortvorteil, gesetzliche Absicherung. Jeder weiß, wenn ich in der Schweiz ein Geschäft aufbauen möchte, wenn ich in der Schweiz wirtschaftlich aktiv sein möchte, genieße ich eine wirtschaftliche Basis, genieße ich gesetzliche Regelungen, die nicht nur heute gelten, sondern auch morgen gelten, übermorgen gelten und auch wahrscheinlich in 10, 20, 30 Jahren gelten. Das ist ein wesentlicher Vorteil für die Schweiz, für den Standort Schweiz und damit auch für jedes andere Land, was sich dazu entschließt, bestimmte Gesetze und Regeln zu erlassen, die über einen langen Zeitraum gelten werden und auch Rechtssicherheit genießen. Das Ganze darf aber nur eine gewisse Schwelle erreichen. Wenn diese Schwelle überschritten ist, wirkt die zusätzliche Regulierung genau ins Gegenteil, weil es dann zu bürokratisch ist, zu viele Gesetze, zu viele Einzelnormen, zu viel zu beachten und das sorgt dann dafür, dass man nicht mehr frei handeln kann als Unternehmer, dass man seine Kreativität nicht mehr ausleben kann und auf wirtschaftlich wichtige Prozesse nicht mehr in angemessener Zeit reagieren kann. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht zusammengefasst, aber das ist so der Kern, wie ich das persönlich so zu Regeln, Gesetzen und Regulierungen sehe. Es heißt in diesem Artikel nämlich weiter, sie, also die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa, leider auch immer mehr unter langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren. All dies habe bereits über viele Jahre das Marktwachstum in Europa im Vergleich zu anderen Regionen gebremst. Zusätzlich belasten jetzt die hohen Energiepreise die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Das heißt also, wir haben in den letzten Jahren in Europa immer mehr Regeln, immer mehr Regularien gesehen. Das ist tatsächlich so. Das ist auch mein Eindruck, den ich in den letzten Jahren bekommen habe. Und man kann es vielleicht so ein bisschen labidar zusammenfassen, diese hohen Energiepreise. Vorher hatten wir ja relativ niedrige Energiepreise durch die billigen Importe aus Russland. Das war ein weiterer Standortvorteil. Aber da das jetzt weggefallen ist, kann man eigentlich so sagen, das hat so das Fass vielleicht ein bisschen zum Überlaufen gebracht, wo man jetzt als Unternehmer sagt, bisher war es noch halbwegs erträglich durch die günstigen Produktionskosten. Und jetzt, wo das weggefallen ist, bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich meine Produktionsstätten nicht woanders hin verlagere. Und genau das hat BASF hier gemacht. Jetzt ist BASF ja nur ein Unternehmen und es geht gesamtwirtschaftlich gesehen eher um weniger Arbeitsplätze. Das ist für jeden Einzelnen traurig, ist ja ganz klar. Aber so gesamtwirtschaftlich gesehen rüttelt das noch nicht am Industriestandort Deutschland. Problematisch wird es allerdings, wenn das Ganze Schule macht und viele Unternehmen sagen, wir sehen es genauso wie BASF und wenn hier nicht endlich mal was passiert, sind wir lieber gestern als morgen hier weg. Nicht nur aus Deutschland, sondern vielleicht sogar aus Europa. Und dann wird es richtig, richtig kritisch. Insbesondere in Deutschland ist der Maschinenbau und der Automobilbau einer der wesentlichen Grundpfeiler, worauf wir unseren Wohlstand aufbauen. Wenn jetzt also die ersten Konzerne schon sagen, wir gehen woanders hin und ihr müsst sehen, wo ihr bleibt, dann kann das langfristig ein richtig, richtig böses Ende nehmen. Denn BASF ist ja nicht das einzige Unternehmen, was über hohe Produktionskosten klagt, sondern das zieht sich mittlerweile durch nahezu alle Bereiche der Industrie, durch alle Bereiche der Wirtschaft, die wir hier in Deutschland eigentlich so haben. Was auch so ein bisschen in den letzten Tagen eigentlich untergegangen ist, ist der Abgang von Linde aus dem Deutschen Aktienindex. Alle haben sich gefreut, die Commerzbank kommt zurück, Linde ist weg. Aber dass Linde eigentlich Deutschland den Rücken gekehrt hat, in einem symbolischen Akt, sich hier nicht mehr listen zu lassen, das war eher so eine Randerscheinung. Und darüber wird auch gar nicht so wirklich diskutiert. Es ist nur ein symbolischer Akt, ist ja ganz klar. Aber ich persönlich finde, es ist ein wichtiger symbolischer Akt. Wenn das einzige große deutsche Unternehmen, was noch in den Top 100 der wertvollsten Unternehmen vorhanden ist, effektiv sagt, wir kehren den deutschen Börsenparkett den Rücken und lassen uns jetzt in New York listen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde, darüber kann man durchaus mal diskutieren. Und da schließt sich natürlich die Frage an, wie soll es weitergehen? Was macht denn die Politik, um diesen ganzen Sachen entgegenzuwirken? Nun, ihr alle wisst, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dass die Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie vorgestellt hat und damit auch am Strang zieht, wo auch viele andere Staaten, insbesondere westliche Staaten, in den nächsten Jahren hinwollen. Einen Link dazu findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und es gibt ja auch gute Meldungen. Intel zum Beispiel, die wollen ja ein Werk in Magdeburg bauen. Ob das dann gebaut wird, da gibt es ja momentan auch so ein paar Schwierigkeiten, so ein paar Diskussionen, ob man das denn so bauen will und wie das genau gebaut wird. Dort entstehen wohl bei Intel direkt 10.000 Arbeitsplätze. Mit Zulieferern und so weiter wird das dann nochmal wesentlich mehr. Und auch Apple, das habe ich heute auch gelesen, die wollen in Bayern nochmal eine Milliarde Euro in ein Entwicklungszentrum dort stecken. Das sind alles gute Nachrichten. Die Frage ist aber, ob es langfristig ausreichen wird, das zu ersetzen, was uns hier droht wegzufallen. Das ist eine Diskussion, die eigentlich mal geführt werden sollte, wo die Politiker aus allen möglichen Lagern mal in die Talkshows eingeladen werden sollten und mal wirklich Rede und Antwort stehen sollten, insbesondere unsere jetzige Bundesregierung, wie es mit dem Standort Deutschland ganz konkret weitergehen soll, was die langfristigen Pläne der Regierung sind, was die dort überhaupt genau vorhaben. Aber das Problem ist, dass die sich leider überhaupt gar nicht in die Karten schauen lassen und sich oftmals vielleicht auch mit anderen Themen beschäftigen. Man hat von außen betrachtet immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Bundesregierung eher so ein bisschen von links nach rechts und hier und da, aber nicht wirklich straight nach vorne geht und wirklich Standortpolitik hier in Deutschland und Europa betreibt. Und wenn dann ein Konzern wie BASF auch noch öffentlich zugibt, dass in Deutschland und in Europa viel zu viel Bürokratie herrscht und dass die Standortvorteile offensichtlich nicht mehr gegeben sind, auf, zumindest wie es BASF so durchblicken lässt, auf fast allen Ebenen, sonst würden die ja nicht weggehen, dann ist das ein ernstes Problem. Und ich würde mir von der Bundesregierung hier wesentlich mehr Transparenz wünschen, insbesondere von den Politikern in der Bundesregierung, die federführend damit beauftragt sind. Einer davon wäre zum Beispiel Robert Habeck, unser aktueller Wirtschaftsminister. Der plant jetzt ein Verbot von Öl- und Gasheizung ab 2024, spätestens ab 2045 meine ich. Und da möchte ich hier von einem Artikel vorlesen, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung von T-Online. Der Vorstoß von Herrn Habeck ist kompletter Unsinn. Die Infrastruktur von Gasheizungen kann klimaneutral genutzt werden. Stattdessen tut Herr Habeck alles dafür, dass Mieten und Baukosten noch weiter in die Höhe schießen. Das ist keine sinnvolle Energiepolitik, sondern verbohrte Ideologie. Ich fordere den Wirtschaftsminister auf, endlich die Interessen des Landes zu vertreten, anstatt grüne Parteipolitik zu machen. Das sage übrigens nicht ich, sondern das sagt der Generalsekretär der FDP, Dir Sarai. Auch der Eigentümerverband Haus & Grund lehnt die Pläne ab. Das ist ein Gesetz aus der grünen Märchenwelt, sagte Präsident Kai Warnecke der Bild-Zeitung. Es sei beispielsweise völlig unklar, woher die ganzen Fernwärmeleitungen kommen sollen. Und an dieser Stelle bitte nicht falsch verstehen. Nachhaltigkeit ist wichtig, grüne Alternativen sind wichtig. Aber halt nicht um jeden Preis. An erster Stelle muss die wirtschaftliche Kraft eines Landes stehen, dass wir uns das Ganze leisten können und dass wir daran nicht zugrunde gehen, dass wir uns wirtschaftlich nicht verheben. Und ich sehe hier eine ganz eindeutige Gefahr, dass die Politiker Sachen vorantreiben, zu schnell vorantreiben, zu ideologiegetrieben vorantreiben, was wir uns am Ende nicht leisten können und dann mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa spielen. Denn irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Was mich zu anderen Politikern an der Spitze unseres Landes führt, wo man den Eindruck bekommen könnte, so neutral betrachtet, dass die vielleicht nicht die richtigen Leute für unsere heutigen Zeiten sein könnten. Und das beginnt mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich hoffe, ihr erinnert euch alle noch an die schönen Krawalle damals in Hamburg beim G20-Gipfel. Und dreimal dürft ihr raten, wer damals die politische Verantwortung zu tragen gehabt hätte, wenn es dort vielleicht noch schlimmer gekommen wäre, als es ohnehin schon gekommen ist. Auch die Cum-Ex-Geschäfte, wo wie viele Milliarden einfach mal so flöten gegangen sind, auch das ist natürlich ein wunderschönes Kapitel in der Geschichte des heutigen Bundeskanzlers. Sehr, sehr schön, liest sich immer wieder toll. Dann haben wir noch Ursula von der Leyen, die war ja bis vor kurzem Verteidigungsministerin. Dann ist aufgefallen, dass sie in irgendwelchen komischen Beraterverträgen vielleicht das ein oder andere Millionchen so umgeleitet hat. Wohin auch immer. Die hat dann nach bestem Wissen und Gewissen auch Handydaten gelöscht. Hat natürlich nichts versteckt oder sowas. Das würde ich niemals irgendwie jemandem unterstellen. Die ist jetzt wegbefördert worden und ist jetzt EU-Ratspräsidentin. Entschuldigung, die ist Präsidentin der Europäischen Kommission. Da habe ich mich gerade ein bisschen versprochen. Annalena Baerbock, die zahlt 136.500 Euro für Styling. Die hat ja so eine persönliche Stylistin, die immer mitreißt und sie fein rausputzt. Ob das jetzt so nötig ist, sei mal dahingestellt. Ich bin dafür, dass wir mit dem Geld Annalena Baerbock einen ordentlichen Englischsprachkurs finanzieren. Unvergessen auch Jens Spahn, der sich 2020, als die meisten Leute um ihre Existenz gebankt haben, einfach mal so eine Millionenvilla dahinstellt unter, ja sagen wir mal, fragwürdigen Finanzbedingungen. Dazu nochmal einen Link unten in der Videobeschreibung als Quelle vom tagesspiegel.de. Spahn ist mit der Sparkasse aus seiner Heimatregion im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren eng verbunden. Fünf Jahre saß er, bis 2015, in ihrem Verwaltungsrat. Aber selbstverständlich hat das alles nichts damit zu tun, dass er eine Vollfinanzierung bekommen hat. Ist ja ganz klar. Wer sowas unterstellt, der verbreitet natürlich Verschwörungstheorien. Das möchte ich hier nochmal ganz stark betonen. Der Flughafen BER, an den könnt ihr euch hoffentlich auch noch erinnern. Das ist auch so ein Prestigeobjekt an deutscher Ingenieurskunst. Verlinke ich euch unten einen Artikel von Wikipedia. Zum Thema Wirtschaftlichkeit. Es bestehen Bedenken, ob der Flughafen Gewinn abwerfen kann. Und da frage ich mich schon wieder, wer sowas überhaupt federführend geplant haben kann. Ein Steuerloch während des Baus und zusätzlich noch ein Milliardengrab nach dem Bau. Da muss man echt schon unglaublich viele Fähigkeiten haben. Das muss man so ganz klar mal sagen. Und das sind nur wenige von den aktuellen oder in jüngster Vergangenheit vorgefallenen Punkten, wo ich mir so denke, sind das wirklich die Leute, die Deutschland, die Europa in dieser momentanen Situation wirklich führen können und zu einer besseren, zu einer strahlenden, wirtschaftlich starken Zukunft führen können. Dass wir hier nicht international unseren Nimbus, den wir vielleicht noch irgendwie haben, einbüßen. Denn wenn das nicht so sein sollte, spielen wir mit unserem Wohlstand und mit allem, was wir uns in den letzten Jahren seit Ende des Zweiten Weltkrieges erarbeitet haben, mühevoll, sowohl unsere Großeltern als auch unsere Eltern, als auch wir ganz aktuell. Das Video ist schon wieder viel zu lang. Ich muss langsam zu einem Ende kommen. Wenn euch das Video jetzt zu politisch war, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann schaue ich, dass ich das nach Möglichkeit nicht nochmal mache. Wenn ihr sagt, das ist nicht so dein Gebiet und bleib lieber so bei den anderen Sachen, dann ist das vollkommen okay. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey, richtig gut, dass das endlich mal jemand benennt. Ja, ich würde mir wünschen, dass es mehr Leute machen und macht doch öfter mal solche Videos. Schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ich muss mich ja auch danach richten, was ihr hören wollt und nicht das, was ich vielleicht gerne hören will von mir. Deswegen schreibt in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ist jetzt so ein kleiner Testballon, den ich mal so aufsteigen lasse. Also, was möchte ich euch mit diesem Video sagen? Ich möchte euch mit diesem Video sagen, dass es wichtig ist, dass man bestimmte Sachen durchaus vorantreibt, die richtig sind. Zum Beispiel grüne Politik, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Aber halt nicht um jeden Preis. Denn an erster Stelle muss immer die wirtschaftliche Fähigkeit unserer Gesellschaft stehen. Denn nur wenn es uns wirtschaftlich gut geht, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten haben, nur dann können wir selber entscheiden, in welche Richtung es geht und können das Step by Step ordentlich, vernünftig, nachhaltig vorantreiben. Denn auch an der Börse, bei Immobilien oder an den Kryptomärkten partizipiert man immer irgendwie, direkt oder indirekt, am Wohlstand aller anderen. Wenn es allen gut geht, alle konsumieren, es den Unternehmen gut geht, es den Bürgern gut geht, dann geht es mir als Aktionär, als Anteilseigner auch gut. Dann geht es mir als Vermieter gut, denn die Leute bezahlen ihre Miete. Und dann geht es mir als Kryptoinvestor gut, denn neue Projekte können vorangetrieben werden. Wenn das alles nicht mehr gegeben ist, dann sieht es hier ganz schnell zappenduster aus.